Wenn Lehrer oder Schüler über Teams eine PowerPoint präsentieren wollen, gibt es immer wieder Probleme und ich erkläre, woran es liegen könnte. Es gibt nicht die eine Lösung, aber es gibt schon Lösungen. Erstmal zwei Möglichkeiten. Ihr könnt über die Desktop-App auf Teams zugreifen oder über den Browser. Oder meistens Chrome-Browser, es gibt auch den Firefox-Browser, das wäre dann so Nummer drei. Aber meistens ist es besser, über diese Desktop-App auf Teams zuzugreifen, außer jetzt zum Beispiel hier bei Linux. Da habe ich mehr, bessere Erfahrungen mit dem Chrome. Und dann gibt es noch die verschiedenen Systeme, eben Linux, Windows, Apple, dann gibt es das Tablet und den Rechner. Also so viele Möglichkeiten, dass es nicht die eine Lösung gibt, aber ab und zu verstecken sich wohl Probleme. Um ein Referat zu halten, klickt man in der Videokonferenz auf Teilen und hat dann hier die Möglichkeit, wenn man vorher die PowerPoint geöffnet hat, eigentlich sollte die erscheinen und dann klickt man drauf und kann die präsentieren. Und genau dabei scheint es immer wieder Probleme zu geben, dass die nicht so richtig geteilt wird. Und das, was dann eigentlich bis jetzt immer funktioniert hat, aber hundertprozentig ist nichts, ist den ganzen Desktop zu teilen. Was etwas eleganter wäre, wäre das Fenster teilen. Whiteboard ist wohl für schnelle Skizzen ganz gut, aber da ist keine PowerPoint drin. Wenn man vorher den Desktop teilt, muss man aber wissen, die sehen wirklich alles. Also wenn ich was über den Newton sprechen möchte hier auf Wikipedia, dann schauen sich die langweilten Schüler genau an, was hat er denn in letzter Zeit hier so gesurft und welche Lesezeichen hat er und welche Software hat er, weil den Zuhörer ist immer langweilig. Und das muss man wissen und deswegen vorher alles löschen, was irgendwie privat ist. Gut, gerade Schülern empfehle ich einen Test durchzuführen. Ihr könnt im Chat mit jemandem chatten und dann hier auf Video drücken und dann einfach mal ausprobieren, ob es geht. Vielleicht ein Handy nehmen bei Telefonieren oder so und dann so lange rumprobieren, bis man es sicher hinkriegt. Was ich sonst noch empfehle, wenn wir uns wieder sehen, also wenn ich einen wichtigen Vortrag halte, habe ich immer zwei USB-Sticks dabei. Bei Teams hilft das nichts, aber wenn wir uns wieder im realen Leben. Und ich habe immer das auch als PDF gespeichert, also als LibreOffice, als PowerPoint und als PDF. Zwei Sticks, drei Formate und dann, wenn man so einen Plan B in der Tasche hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch, dass es doch funktioniert.